Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee, zusammen mit der Rai Chu, zu Let's Play Together Fallout 4, Uf Pelzig und Hochdeutsch. Jo, in der letzten Episode war mal schee geblüffel, als wir hier mit dem Codesworth gesprochen haben und in der Zeit, in der wir hier kurz Pause gemacht haben, ist nochmal so klein die Apokalypse ausgebrochen und es fängt auch zu regnen. Ja, und jo, das kann halt mal passieren, ne? Dann bin ich Sache, ich bin wieder am Trigger, das heißt, ja, zeig mir nochmal die Nachbarschaft, fühl mich doch mal rum. Okay, ich hab dich im Visier, Kumpel. Also ich finde das Haus rechts, das ist eindeutig noch bewohnbar. Auf jeden Fall. Besser wohnen, hier bräuchte man mal die Tine Wittler oder so, ne? Moment, 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 geh nochmal nach links, nach links, nach links. Nach links? Ja? Oh, schade, ich dachte, es sei ein echter. Okay. Wobei, auf der anderen Seite, falls wieder Kakerlake kommen, ist mein Stock wohl besser. Hundenapf, ne, den nehm ich nicht. Noch habe ich Anstand und esse mit den Fingern wie ein Mensch. Ja, das war ja zu Halloween. Was liegt denn da? Ach, Leflieger, wie geht? Ach stimmt, die Kackviecher kommen jetzt. Okay, lass mal, lass mal ihn mal arbeiten. Ah ne, das stimmt, der hat ja Flammenwerfer. Ja, lass mal ihn mal arbeiten. Tote Fäser konzipiert. Warum macht immer ein Haushaltsroboter einen Flammenwerfer braucht? Vielleicht, wenn jemand eine Zigarette sich erzünden will, oder was? Ein Regi-Team? Stange-Zigaretten, jawoll. Jackpot. Wo wir es gerade von haben, ne? Jawoll. Oh, Tresor, Tresor, Tresor. Warte, 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 warte. Guck, ob da... Ich muss doch erstmal gucken, ob da ein Springsatz dran ist. Das ist mir doch egal, dann fliege ich halt nicht in die Luft. Ich lache dich aber aus, wenn er dann... Okay, noch nicht. Aber noch nicht, da musst du wohl hier in der Gegend sein, oder? Ja, Allah. Was wäre es? Patrone für die 38er, 10er, Buff-Out. Kannst du alles mitnehmen. Ja, aber gerade sagt, kommt ein ganzer Scheiß noch mal mit. Das Vorkriegsgeld. Chat, Schrotpatrone, Stimpack und Vorkriegsgeld. Jawoll, ja. Geile Scheiße, oder? So, was können wir hier noch? Die netten Nachbarn sind eine Tor. Aber du für eine Blay-Fliege, die ein Schnapsglas bei sich trägt. Äh. Party-Fliege. Will ich... Äh, für Teufel. Will ich wissen, warum der Schnapsglas bei sich hat? Plastikkürbis brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Aber Haarbürste, die brauche ich... Mit deiner Frisur. Mit der Rahoma-Simpson-Frisur auf jeden Fall. Ja, ich persönlich brauche hier auch noch eine Haarbürste für den Zopf, den ich da im Hinterkopf noch habe. Zöpfel. Oh, Zigarrenkiste. Jackpot. Fernseher aktivieren. Na, was läuft denn denn mit Glotzer? Das selbe Scheiß wie sonst auch immer. Ich meine, es ist vom Informationsgehalt ist es genauso, ne? Ja, jetzt sehen die Uhr so richtig schmierig aus. Ach, immer dasselbe Apokalypse und nichts läuft im Fernsehen, ist doch scheiße, oder? Ja, komm. Ah, immer dasselbe Quatsch. Was haben wir hier? Kann das explodieren, wenn du drauf haust? Löscher, komm, dann nenn mal. Der ist bestimmt sehr effektiv. Gegen brennende Gule. Eine wilde Mutabiere, die nenne ich doch. Dann haben wir ja auch immer die jetzt durch die Wand gepflückt hat. TV-Dinnertablett. Oh, du siehst, sieh, oder hast du sogar noch ein bisschen Essen mit drauf, wir dürfen hier nichts verschwenden, ne? Falls ich später mal Hunger krieg. Sturmfeuerzeug ist immer gut. Kronkorkenvorrat, aber auf jeden Fall. Klebeband, Gottes Willen, ich nehme das Klebeband mit. Sturmfeuerzeug, das kann man immer gebrauchen. Und das Silbertafelmesser, natürlich. Ah, bei deinem Zigarettenverschleiß brauchst du entsprechend viele... Kannst du den umschmeißen? Nö, ich kann nur sitzen. Aber ich finde das scheißgruselig, wenn hier ein Hocker vor der Dusche ist. Ja gut, der stand vielleicht mal ein bisschen weiter in der Ecke. Dusch für mich. Da hab ich mir zugeguckt. Oder man hatte da seine Klamotten drauf liegen. Nö, das ist der Spannerstuhl, eindeutig. Ja, das... Vor allem, wenn man so eine Frise hat wie der Typ. Ist man noch prädestiniert für solche Aktionen. Ja, bestimmt. Okay. Äh, wie komme ich jetzt hier raus? Ich bin so schlecht in Orientierung, dass ich mich so keinem Scheißhaus hier verirr. Okay. Das kann ja noch was werden. Ja, das wird definitiv noch was. Ich bin Orientierungslegastheniker. Und ich bin Schusslegastheniker. Das geht auch nicht. Oh, das sieht noch sehr bewohnt aus. Ja, ja, eindeutig. Kannst du noch drin wohnen? Will ich auch mal eine Dose Zucker? Da ist keiner zu Hause. Dumme Ausrede. Haus ist eingestürzt. Nix da. Hopp. Ich will hier rein. Ich hab nix. Ja, ich sehe auch, die sind super gebaut, die Dinger. Die sind für die Ewigkeit. Ja, du weißt noch ein Tornado und schon ist weg. Durch den Spiegel hab ich jetzt das Red X durchgezerrt. Oh, geil, ja. Hat Bock zu barren? Hä? Sieht so aus, ja. Sean ist da draußen. Wenn man jetzt einfach so ein Pseudo-Held. Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlafen. Mach ja auch immer. Hast ein Roboter erstmal mit Stöcken auf mich schlagen. Du bist nutzlos. Concorde. Wir sind doch ein Dummkopp. Wir müssen alles dreimal losfroren. Kennen Sie noch den Weg über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Ferraus? Und an der Red Rocket Station vorbei. Alles klar. Ich würde mach das mal. Äh. Okay. Wer auch immer ne Plastikkürbis doch einlegt. Spielzeugauto und Babyrassel. Die brauchen wir auch immer. Das können wir bestimmt noch von Kronkork oder so Verklopper. Oder verbasteln. Oder verbasteln, ja. So eine Waffe mit Rassel dran. Das ist immer das Beste, wenn man irgend so ein Gewehr hat, wo dann so ein Rassel dran hängt. Geil. Mach das doch Standard. Nie kommen die Post pünktlich. So eine Scheiße. Okay. Der wurstelt hier rum. Ach, hier sieht es doch auch gemütlich aus, oder? Bei der Werkbank. Okay. Golduhr, natürlich. Der Herr Baron, der braucht das natürlich. Klebeband und Terpentin. Können wir später noch was trinken. Und Power Rüstungsstation. Nö. Werkstatt. Nö. Waffenwerkbank. Sagen wir was, Bastel? Ja, aus der Babyrassel und der rollenden Uhr. Kommen wir mal hier auf MacGyver hier. Impro-Pistole. Was hat die? 13 Schaden, 18 Schaden. Okay. Äh, machen wir die doch hier mal. Äh, was kann man denn hier tolles machen? Standardverschluss leichter, schwerer. Moment, wir haben sogar genügend Zeug, um schon was zu basteln. Ja, ich habe ja schon jede Menge Scheißdräger eingesammelt. Stimmt auch wieder. Äh, verringert Schaden. Nö, komm. Erhöhtes Gewicht, verbesserter Schaden. Gib ihm. Peng. Bezaubernd. Gell? Kurzer Lauf, da geht nix. Standardgriff geht auch nix. Okay. Äh, keine Mündungsbremse. Okay, jetzt haben wir mal verbesserte Schaden. Was macht sie jetzt? Immer noch 18 Schaden, okay. Bezaubernd. Ja, wunderbar. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie so 18,5, aber das zeigt es halt nicht an, so irgendwas. Darauf warte ich nur, aber da brauchen wir, glaube ich, Intelligenz dafür, ne? Wissenschaft, ja. Ich glaube, für Wissenschaft braucht man Intelligenz. Okay, wir haben nur die basic primitive Waffe dann wahrscheinlich, äh, Station verlassen. Ah, jo. Oder wir finden einfach was Gutes. Genau. Wenn man Glück... Beim Vierer gibt's ja keinen, ähm, Zustand. Oh, hoppla. Ne, das lass ich sein in sowas, das überlasse ich dir dann. Ah, hau ab, ich will den nicht verlassen. Ich hasse das wie die Pech, ich kann das überhaupt nicht. Ich hab mir sogar einen Spaß gemacht, hübsch einzurichten, ne? Mir war langweilig. Das ist dann, da findet man dann den Sims-Charakter in Fallout 4 wieder. Ne, ich bin so eine Pfeife bei dem, äh, Gedöns hier. Das kann ich überhaupt nicht. Darf ein Koffer, schwarze Weste und Hose. Okay. Du ziehst doch gleich an. Äh, da müssen wir, glaube ich, in unseren Pip-Boy-Reihe, ne? Äh, Inventar. Und gehen bei Kleidung-Reihe. Was bringt uns das, was wir hier hin? Schadensresistenz 5 und gegen Atom 10. Und das gar nichts. Na komm, so ein Quatsch sind wir uns da. Wir bleiben hier in unserem Strampel-A-Zug. Ja, das können wir uns dann für Charaktere sparen leicht. Ich hab zum Beispiel, ähm, den Dingens auch, äh, in ein rotes Ballkleid gesteckt. Ach Gott, wie hieß er nochmal? Ein Another Settlement Needs Your Help. Äh, keine Ahnung. Ich komm grad nicht auf den Namen, ach Kacke. Ich bin, es ist absolut nett. Keine Ahnung. Der von Minuteman. Nein. Es ist Ewigkeit her, dass ich Fallout 4a gespielt hab. Das war irgendwann, pff, 2015, glaub ich, sogar noch. Na, okay. Ich glaub, ich hab's ein bisschen später gespielt. Kochstation, ne? Was gibt's dann Gutes? Achten, da ist ne Kacke. Hoppala, hau ab. Hau ab. Ich schlacht dich tot. So. Zaubernd. Jetzt können wir mal was kochen. Es gibt dann Gutes. Grillte Red Kacke. Auf jeden Fall. Ich hab richtig Bock drauf. Top. Komm, ich hab mordsmäßige Hunger. Ja, das gibt's noch Gutes. Eichhörnsche einschauf. Ach Gott, der Herr Baron kann sich Eichhörnsche leichter. Ja, Hirsche sind relativ schwierig. Nudelschale. Ach Gott, euer Hochwohl geboren. Dreckiger Ödländer. Das ist doch gut. Okay. Was brauchen wir für den dreckigen Ödländer? Was brauchen wir für den dreckigen Ödländer? Mutterbeere, Nuka Cola und Whisky. Klingt doch gut. Cola-Whisky-basiertes Heißgetränk. Okay. Bestimmt so ein rotziger Bourbon. Alter, ich hasse Bourbon. Das ist kein Whisky. Bourbon ist kein Whisky. Wo bleibe ich definitiv dabei? Ich hab's ja auch schon mal in Alien Isolation erwähnt, ihr liebe Leid. Whisky gilt für mich nur als Scotch. Alles andere ist kein Whisky. Was haben wir hier noch drin? Leere Milchflasche. Komm, die ist bestimmt. Die man unbedingt braucht. Ja, genauso wie ist TV-Dinner-Tablett. Absolut. Will ich nicht missen. Ja, bei einem Fernsehprogramm, da muss man halt ein bisschen mehr Reischwarte. Also, Angel nehmen wir auch mit. Ich aktiviere jetzt immer die Radios, wo ich's finde. Ja, Standard. Ich glaube, das macht aber jeder. Ich hab schon gedacht, da steht ein Freudenspender auf dem Tisch. Aber es war nur ein paar Kerzen. Okay. Schön. Alles klar. Dann gehen wir hier über die Brücke. Und abmarsch. Willst du nicht lieber schwimmen? Ich glaube, das ist intelligenter. Ich könnte schwimmen. Ich fühle mich topgesund. Komm mal da hoch. Ups. Nee. Da kommen wir hoch. Doch, doch, doch. Da kommen wir hoch. Springen wir. Hab homie. Siehst du, hab doch gesagt, da kommen wir hoch. Dieser höchst sympathische Mann hier. Wer sind sie? Was liegt denn da? Guck mal nach unten. Ja, immer. Da liegt nur kaputtes Holz. Ist ja langweilig. Woh? Na, na, doch. Seesack. Patrone, Molotow. Und Improgewehr. Geil. Gewerkt ihn doch vernünftig. Alles klar. Was mache ich denn jetzt? Wir von Quatsch. Die Steuerung muss ich mich auch noch gewöhnen. Äh, pop, pop, pop. Wo haben wir es dann? Improgewehr. 13 Schaden. Ach, du Scheiße. Okay. Okay, die 10 Millimeter hat mehr. Nee, das nennt man nicht den Quatsch. Aber gut, dass du es gesehen hast. Das ist sehr praktisch, wenn wir das zu zweit spielen, das Ganze. Ja, das ist mir auch die ganze Blödsinn. Genau. Wenn ich spiele, kannst du hier gucken. Aber wenn du spielst, gucke ich noch für dich mit. Da haben wir die Red Rocket. Begrüße den Hund. Hoi. Na, du hast ja gar keinen Zwecköpf. Dir geht's gut. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hehehe. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Bäh. Alter, die Friese sieht echt zum Kotzer aus. Ja, komm, du kommst mit. Hey. Hey. Warte da. Nein, ich will dich. Komm schon. Ich will dich dabei haben, Hund. So. Geh dorthin. Hoch. Ich will, dass er dabei bleibt. Ich mag den Hund. Hund hat etwas gefunden, ne? Hä? Oh. Ach, bist du ein guter Hund? Hörst du die Spritze im Mund? Klasse. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Aschenbecher haben wir schon. Genau. Impropistole, Klebeband, Schere und Schraubezieher. Alles her damit. Das Rad hier ist schon A. Waffenwerkbank. Jo, guck mal noch mal rein, was wir noch machen können. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Scheiß gesammelt. Haben wir hier vielleicht noch einen Pritz, wo man besser gucken kann? Leider nur Standard, wie ich sie ja. Leider alles nur Standard. Äh, nee, ich würde ganz gern gucken bei unserem Schlagstock. Elektrifiziert wäre natürlich ultrageil. Irgendwie schon. Aber am Ende macht es dann irgendwie so kaum was aus. Ach, hätten wir doch nur Lichtschwert. Das ist alles besser mit Lichtschwerter. Ja, sowieso. Vielleicht so atomgetriebenes Lichtschwert. Vor Kriegsgeld. Ja, das denke ich mir auch erst mal. Ich bin Toaster. Amateurfunkbox, natürlich. Schalten wir mal ein. Hey, was ist denn da los? Grotte hässliches Mistvieh. Maulwurfs, Rattenfleisch und Leder. Aber hauptsache mal abgezogen. Hund hat einer gekillt. Du hast den Hund geschlagen, gedödel. Ups, das will ich doch gar nicht. Ich glaube, da drin ist noch was. Ja, könnte das sein. Ja, komm komm, ein Fahrrad. Ja. Und Jet. Das ist doch die Drohke, oder? Jupp. Ich glaube, Bafford war auch. Wir machen aber kein Junkie aus, oder? Ja gut, Alkoholiker müsst ihr eigentlich. Könnt ihr doch so einen drunken Master aus dem Macher. Ach komm, nee. Das interessiert mich einen Quatsch eigentlich. Hier ist noch irgendwo ein Gegner in der Nähe. Ja? Habe ich gerade auf dem Mini-Ding da gesehen. Ich guck gerade, also was Rotes sehe ich hier gerade. Ich habe gerade, ich habe gerade was Rotes gesehen. Oh, mir sehens schon. Ja. Spätestens wenn es nicht wieder a-fällt. Ja genau, spätestens wenn es auch macht. Ich bin immer gelangweilt, habe ich gebockt. Was sind denn, ich bin hochkonzentriert. So, der Leiter muss mal drauf vorbei. Von wo sind wir dann Kummer? Von hier aus, ne? Okay, ja wie gesagt, ich... Wo ist das eigentlich Fifi? Komm, 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 hoch. Unruf Rater. Achtung, der... Ich sag doch, da war was. Ja. Offensichtlich der Hund ist auf H8. Na. Dünnlich wahrscheinlich nicht mal. Da ist doch der... Hoppala. Guter Hund. Da macht es besser als ich. Schicke H2. Schicke H2. Du hast da... Oh. Oh. Hoppla. Da habe ich wohl... Da habe ich wohl ein bisschen härter drauf gezwiebelt als gewollt. Ja, komm mit. Komm mit. Ja, da kommst du mit. Okay, der Schlag war etwas härter als gewollt. Kommt vor. Es wundert mich aber, dass es noch so schicke Tiere hier in der Wastelands gibt, die nicht total verranzt sind. Oh, apropos. Ah, die hasse ich. An was? Ich treffe die nie. Äh. Hey. Ach, das sind diese Brahminen, genau, diese zweiköpfige Kühe. Die sehen mega lustig aus. Ähm, ich wollte gerade sagen, dann soll ich mal was... Das war einfach nach unten. Taste nach unten. Äh. Auf dem Controller. Ach so, ja, mh. Natürlich. Da, 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 da. Hopp. Pfeffersatterei. Noch eine, was es so Spaß macht, komm. Eben der Bauch injiziert, wie sich das gehört. Mach ich auch immer. Standard, jeden Morgen. Äh, okay, ja, komm. Mir gehen wir hier hin, naja. Da, 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 da. Oh, ja, du. Die müssen wir auch nochmal extra aufmachen. Ja, das gebietet die Höflichkeit. Guck doch mal im Kühlschrank, ob du was isst. Hm. Ach Gott, ich dapschädel. Yes, sehr sehr leid. Oh, die sieht gut aus. Quantum, die leuchtet so schön. Die Zuckerbombe nehme ich auch noch mit. Ja, mit Karies durch den Fallout. Natürlich, wie sie das gehört. Da wird die Nuka-Cola genommen und dann wachsen wir ganz neue Zähne. Zähne, nicht Zähne. Äh. Alles klar, hat sich aber richtig gelohnt hier. Ja, drei Haaklammern können wir mal gebrauchen. Oh, wie Spaß macht, Selva. Ne. Doch, du. Haha, du wirst attackiert. Wo? Links, glaube ich. Da ist es. Du hast keine Chance auf einen Treffer. Hey, tot. Zieh noch die Rüssel ab. Alter. Würg. Ach Mann, jetzt ist das Leben schon wieder so mies. Ja, aber du wurdest mal zu schweigsam nehmen dran, deswegen auch Selva spiele. Ah, du weißt, dass ich da dann eigentlich noch schweigsamer werde meistens. Ach, rennt doch einfach mit mir. Äh. Okay, sieht es richtig schnell aus. In Concord. Ja, okay. Aber hauptsache das Motorrad richtig geparkt. Hm, kann man das vielleicht benutzen? Eher nicht, so wie das Auto auch nicht wahrscheinlich. Was steht denn da an der Wand? Werbung. Famous cigarettes. Habe ich doch gewusst, irgendwie irgendein Sensor in mir hat wieder Arschlager. Ja, Zigarette. Da habe ich irgendwie so ein siebter Sinn dafür. Äh, sechster Sinn. Vielleicht ist ja schon der siebte. Ja, wer weh ist. So, dafür, dass man der Geruchssinn fehlt. Ach, weißt du, was wir vergessen haben? Hm, was denn? Ach so, stimmt, natürlich. Wir müssen hier fröhliche Durchhüpfer, damit die Leute uns auch vergeistig zurechnungsfähig halten. Oh, so ist einer. Moment, warte mal, wenn man die Waffe ein hat, da ist er. Na, dann gib ihm, Schützer. Hey, ich will auch so Laserzeug. Level up. Ach, gut, so habe ich das noch nie gemacht. Ich muss gerade, dass man sowas hat überhaupt. Wozu? Haben sie es noch? Das Bullet Time, ne? Hoppla. Wie machst du denn das? Auf den Kopf gezielt? Ja, aber wie? Wie kommst du überhaupt in den Modus rein? Äh, untere L. Äh, muss aber, glaube ich, den Fifi in Frieden. Niemand macht Fifi weh. Wird Fifi gut? Flatter-Multi-Type. Hm, falsch, das ist nicht. Ah, kann man. Oh, das liegt jetzt in der Feinriptor oder ganz nackig? Äh, Feinript. Gott sei Dank. Äh, hier geht der Sava eher aus, als wären wir Ken-Puppe ohne geschlechtslos. Leder-Kombi. Ah, nee, klappt dafür. Äh. Erstmal umzieher, oder? Genau. Ich meine, wir sind ja gar nicht im Quare-Gebiet, da können wir schon so eine Moderschau machen und uns umzieher. Lederrüstung ist ganz praktisch. Auf jeden Fall. Ganz Resistenz. Ich glaube, wenn das ist, glaube ich, äh, ja, rechterarm, Schweißerbrille, was auch immer. Ah, die hat ein bisschen mehr. Äh. Ja, Gasmaske ist sowieso nie verkehrt. Wunderbar. Super, wie sehen wir jetzt aus? Wahrscheinlich auch nicht weniger gescheuert, als vorher. Na ja, wenigstens, mal mit einem dämlichen Strampelarzug. Guck. Uh, was haben wir denn da? Laser-Muskete, geile Scheiße. Hm, klingt doch vernünftig. Wo ist er dann? Da ist er. Oh, 30. Wir haben 15 Zellen dafür, meinst du, das tut's? Ja, komm, die nehmen wir auf jeden Fall. Hast du die irgendwo auf, äh, Kurz-Taste gelegt? Nö, wieso denn? Okay. Das mach ich ehrlich gesagt nie, weil in dem Spiel ist es ja Wurschtel. Du hast ja, wenn man so will, so, ah, stopp, ich muss mal kurz meine Waffen wechseln. Wieso fern? Pff. Okay, ja, dann. Museum der Freiheit. Der Tast, der Tast kriegst du übrigens, ja, L2. Ich weiß nicht, ob es eins oder zwei ist, es verwirrt mich im Portal wo, ja, unten halt, links unten. Okay, ja, super, das muss ich auch mal ausprobieren. Bulletin ist mega praktisch. Sieht echt cool aus, vor allem für. Ich bin grad beim Blähfliegen, die trifft sich ja so nie. Irgendwann so Schussdödel wie mich. Die sind irgendwo. Finde die festsitzenden Siegler. Nee, das ist, äh, top. Oben. Ist das? Raider? Ah, das war oben. Okay, das bringt wohl nichts. Fins trifft halt nicht immer, das ist so ein bisschen das Problem. Hä? Bin ich blöde? Ja. Also schießt er nicht. Du musst auflade. Hä? Wie? Äh, ich glaub, viel auf die, äh, Viereckstaste drücker. Ja. Äh, ich bin gut. Aha. Okay. Selber wie so ein Jack in the Box, muss man immer nochmal am Rad drehen. Okay. Keine britischen Besatzer mehr, geht's noch? Ähm, du siehst, wo wir hier sind? Ja, trotzdem. Gutes Argument. Gell? Finde ich gut. Ich bin da, wie ich das erstmal durch bin, so derbe erschrocken, weil dann der Hund die Puppen umgeschmissen hat. Ich da so ganz vorsichtig durch und der Hund wupp. Hä, wo sind denn die Gegner? Bin ich doof? Ich wiederhole, ja. cool ppp bei ihm müssen sie auch stecker kamst du das merkt schon wahrscheinlich wenn so die schießen oder so nur Kassenreischen weil die ziemlich hoch hat auch nicht ist praktisch wie ein bisschen sich gegen daten könnte wiederum hübser mit dem da wurde mit Ballard dieser aber natürlich nicht getroffen nie klugen das Säcke da ist er noch bist du einer, bist du einer naja jetzt ist er gelasert wo ist er dann aber ja direkt vor dir da ist er boah scheiße so schauen wir jetzt aus boah das praktisch ne es gibt halt auch kritische Treffer das hast du ja vorhin gesehen da hat er Platz so wie mein patentierter Ratten Totschläger ja und da gibt es dann halt auch diese lustige Fähigkeit wo ich sehr stark dafür wäre dass wir uns sobald es geht holen wobei da fällt mir ein sind wir nicht irgendwie ein Level hoch ja tatsächlich wie konnte man das vergessen aber echt ähm äh wo geht das nochmal bin ich blöd ah da ja Dreieck ich bin doof das war hier Glück kann man blutiger Tod Bonus-Schaden lässt Feinde gelegentlich seiner blutigen Masse explodieren vor sich vor umherfliegenden Augäpfeln ansonsten das hier finde ich halt auch richtig Inselbegabung du bist nicht dumm nur anders du hältst zufällig dreifache EP für erfolgreiche abgeschlossene Aktionen je niedriger deine Intelligenz ist dann eher die Chance mhm ah großartig ansonsten gibt es auch mega kritische Treffer und ich finde halt einfach diese Fähigkeiten äh bei Glück sind einfach die besten deswegen blutiger Tod bin ich jetzt stark dafür dass wir blutiger Tod nehmen alles klar sieht so genial aus wenn die platzen dann nennen wir das doch Auswahl bestätigen ah jo ich will platzende Raiders sehen oh das ist so herrlich wobei die wobei diese äh diese Enthauptung mit Laserstrahl eigentlich schon hässlich genug war ich bin mal gespannt was jetzt kommt oh weißt was ich gemacht vergessen hab leichenfleddern ja das ist immer wichtig oh ach Gott die feine Dame kann sie sogar ein BH leichten und der gute feine Ripp halt upsala mal sehen bein ja das ist super linkes Bein haben wir schon wir bräuchten was von dir für die Brust Raider Leder oder so ist das ist das Tor so ne ich hab schon geguckt das ist so Ganzkörper Ding aber ich glaub da ist ja der ähm Volt Anzug ist da ein bisschen besser geguckt der hat da ja ja deswegen würde ich noch momentan noch bei dem bleiben ähm Mist hämmer halt unseren Strampelahrzug noch als Basis was man halt sagen muss was ein bisschen tricky ist ähm dann bei diesen ähm Resten noch die ähm Sachen zu finden ähm ja das ist Sinn und Zweck das Ganze mein lieber Freund du hast nix mehr drin hey Herr Stoffe Hund zu treten du Säckel das gibt's doch gar nicht haben wir schon haben wir schon sein Billard Queuer das klingt dann nach einer netten Waffe ne ja Billard Queue muss immer sein Schlagkrieg ist auch nicht verkehrt aber das gibt man zu sagen den Nahkampf frei Raider Rüstung rechtes Bein ah da haben wir's das hab ich gesucht sehen Waffen-Munitionskiste oh 20mm-Pistole explodiert das? nö ach komm das muss man zu explodieren das ist so unamerikanisch aber echt wie kann im Museum der Freiheit nix explodieren beziehungsweise es ist rot es liegt in einem Videospiel rum und es explodiert nicht er sagt dass das ein Videospiel ist das ist die Realität das ist ein Blick in die Zukunft irgendwas wollte ich machen ah ja stimmt du wolltest das Dingensatz hier die Arme haben wir beide soweit das ist doch schon mal ganz gut echtes Bein ja wunderbar sieht doch schon ganz ich sehe noch eine weiße Brille ja komm ah ne da wäre ich eher für die Sturmgasmaske ach so okay das ging zusätzlich noch ne das dachte ich auch erst aber es ist entweder oder ne dann lieber die Gasmaske Gasmaske ist immer gut dann müssen wir diese hässliche Homer Simpson Visage die ganze Zeit nicht sehr ah die Tür die war ersichtlich als solche alles klar Tür ins nichts schön wenn man schnell keinen Bock mehr hat ja wenn der Architekt mal wieder pennt oder mit Schnaps bezahlt wird ach Gott warum so aggressiv ich reiße jedem einzelnen von euch die Haut ab da geht es noch was ist Sau Dandy Boy Äpfel die sind bestimmt noch gut Oberer Schädel da können wir bestimmt einen Helm draus basteln oder so ist irgendwo noch ein Raider ich höre es aber ich sehe es der Schrei war unbezahlbar gerade halt die Schnauze wir bräuchten nicht noch was irgendwas oh guck so sieht das dann aus der Monster flattert eindeutig wie auch immer das eine einzelne 9mm Pistolekugel die kriegt dort Sackkapuze mit Schläuchen weißt du jetzt warum ich diese Fähigkeit so klasse finde ja durchaus das werde ich glaube ich ein amüsanter Spiel wenn wir das so durchzocken ja gell ja du klingst auch sehr begeistert ja gell warte ich muss mich konzentrieren ja du musst hier Kristalldekanter und Schlosserhammer und so weiter holen vor Kriegsgeld sehr schön warum kannst du verticken warum bringst du den Arsch vor Kohle warum kannst du Musizium verkaufen oder nuttern ja besser ah den habe ich ja vorhin da zerlegt genau ah da ist der Hanisch den wir gebraucht haben super also liebe Kinder immer flättern leicht flättern bringt dich weiter im Leben in der Apokalypse auf jeden Fall so dann würde ich sage hier an der Stelle mal mal einen Cut denn hier sind schon die Überlebende ach so das du wirst so ein Schrader du vorstehst gut dass ich dich vom übereifrige Mordabkalte hab gerade dann machen wir an der Stelle ein Cut ihr liebe Leid und wir sehen uns dann in der nächste Woche und in der nächsten Episode wieder zurück bei Let's Play Fallout 4 Together Uff Pelzig und Hochdeutsch wohl wieder Hank spielt für euch der Yankee und die Rai Chou machen's gut ihr liebe Leid Ciao 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 Ich bin